Dann machen wir hier und hier statt Verlassen, Löschen und Zug beenden. Okay, die verpissen sich. Dann würde ich sagen, ihr heilt euch mal. Ihr lauft jetzt hier rüber. Bossi? Ich rufe aufsteigen. Ihr seid voll. Dann lauft ihr mal rüber. Hier ist doch so ein schönes Ding. So wollen wir doch haben. So, beenden. Gedankenkontrollscheißer. Peng, peng, peng. Ah, Mist hier. Gott, wir greifen mal die an. Können wir flankieren. Wenn ich hier zurücklaufe, könnte ich die doch mit angreifen, oder? Oder jagen die mich jetzt hier oben. Okay, die verpissen sich mal wieder. Die greifen unter dem Boss an. Ich verstehe noch nicht, warum die... ...so blöd laufen. Hm. Jetzt hier irgendwie ist Wasser zu tief. Schade überspringen, was kann ich denn noch machen? Mit boys. So, Forschung auswählen. Pa, pa, pa. Slump statt aber jetzt. Sichern sie die Umgebung. Wir wollen unseren kleinen Boss da blatt machen. Habe ich das Gefühl. Was? So, du bist alle. Du machst den. Alle, vielleicht. Nicht ganz. Nicht ganz. Ah, ist das ein Dreck. Warum kann ich hier nicht weiterlaufen? Zumindest nach unten nicht. Städte befehligen. Ähm, Mech. So. Die Nachrichtigung löschen. Zuck beenden. Okay. Die Wespen greifen mich nur mit einer Einheit an. Wow. Haben die mich jetzt vergiftet? War ein Doppelangriff. Oho. Na gut, dann greifen wir das Vieh dort mal an. So. Ihr dürft. Die finalen Schlag machen. Und heilt dabei. Wobei. Wobei. Du könntest auch mal ein bisschen heilen. Zuck beenden. Zuck beenden. Haha, nein. Er hat mich übernommen. Oder jetzt kann ich gar nichts mehr da oben machen. Einheit überspringen. Du heilst. Zu beenden. Diese beschissenen Bienen. Wespen. Was auch immer hummeln. Und. Habe ich überhaupt mal geguckt wie die heißen. Küstsne. Na ja gut. Einheit überspringen. Einheit überspringen. Die Killercut. Die Killercut. Meins daaa. Moschgrube. Hatten wir das? Jaaa. Mech produzieren. Peelze. Äh. Statt überspringen. Benachrichtigung. Zuck beenden. Jetzt kommen meine Einheiten mir entgegen. Wait boys. Ihr sollt. Die Dinger sichern. Lowize. Aufhides aus. frenizierbeammer. Bla schon. Von vitamostin Wirkung. Niste Passo? грatiète. Jaaaa. überspringen überspringen ob ich habe mich gerade massiv verklickt er verklickt gehabt ich denke mal ich werde jetzt auch die folge wenden ich sage tschüss und schau bis zum nächstes mal bei warhammer 40.000 gladius kings bombs of war brains of war oder so was in der art und dann spielen wir weiter mit den orks wir haben aktuell ja runde 50 also tschüss tschau